Er ist so sportlich und ausdrucksstark wie nie zuvor. Jetzt ist der Mondeo in der ST-Line erhältlich. Das äußere Kennzeichen ist das besondere Styling, das vom Design der Ford Performance-Modelle abgeleitet wurde. Auffallend natürlich das Kühlergrillgitter im Wabendesign. Ein weiteres Optik-Feature sind die LED-Tagfahrlichter sowie die neuen rechteckigen Nebelscheinwerfer. 18 oder 19 Zoll Leichtmetallräder, Sportsitze, ein sportlicher Lederbezug für das Lenkrad und weitere sportliche Ausstattungsdetails. Der neue Ford Mondeo ST-Line beinhaltet zahlreiche Highlights und ein umfangreiches Angebot an Fahrerassistent-Systemen, Müdigkeitswarner, toter Winkelassistent, Auffahrwarnsystem. Es wird einiges geboten. Der Mondeo ST-Line steht mit einem besonders kraftvollen Benzin- sowie Turbodiesel-Motor zur Verfügung. Je nach Motorisierung ist er auch mit Allradantrieb erhältlich. Unser Fahrzeug punktet mit einer sehr guten Straßenlage und verbindet stilvolle Zweckmäßigkeit mit der Optik eines Sportwagens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017